Ich hab die Beide, die sind voll komisch rumgeleckt. Was war das denn? Wer schießt da? Ah, da ist einer am Strand, auf mich schießt! Alter, das ist gerade mega am lecken. Der ist aber ausgenockt. Das ist so hart am lecken gerade. Was zum Teufel? Oh nein, 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 nein. Was ist denn das? Ist der noch da, Quantum? Ist der Quantum raus? Alter, wie das denkt, ey. Was ist denn das? Was ist denn hier los, Mann? Und jetzt muss der hin? Quantum, lebst du noch? Nein, der hat mich erschossen. Ich hab gar nichts gehört. Ja, das liegt hier alles hart rum, ey. Ich weiß gar nicht, wen ich hier töte und wen nicht. Was ist hier los? Ich hab den am Strand getötet. Und dann wurde ich von dem getötet, den du gerade. Ich komm noch mehr rein. Ey, ich hab mit so vielen Leuten hier so komisch länge getötet, ich versteh das nicht, was hier abgeht. Wieso steigen die überhaupt aus? Das ist ja wie der Einzige. Weil ich auf die geschossen hab. Die wollten vielleicht einfach reinrennen oder so, ich weiß es nicht. Das sind die seltsamsten, äh, ich weiß nicht, die seltsamsten Kills ever in meiner Geschichte gewesen jetzt. Na ja, ein Team ist hier noch, zwei Teams. Das eine Team ist aber rechts an den Häusern, die gehen nicht zu unserem Block. Ein Team ist vor unserem Block. Also looten wir diese sechs Häuser und dann hoffen wir mal, dass wir bessere Sachen finden als die. Ja. Äh, einer ist bei uns. Beide ist bei uns. Echt, sind beide hier hingekommen? Ja. Fuck, okay, nehm ich schnell ein Haus. Dann gehen wir schnell in deine Richtung. Loot die andere Seite. Ich guck mal, ob ich schnell was finde. Keine Waffe hier. Ich hab eine Schrotflinte. Keine Waffe hier. Okay, ja, ich hab eine Schrotflinte, wenn die kommen. Schau mal. Kenn mal schnell raus. Oder? Oh, Scheiße. Hier kann ich rein. Keine Waffe hier. Nur eine Granate. Und eine Marke. Kann ich eine Pistole droppen? Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was ist? Ich bin hängen geblieben. Hier. Vor uns sind welche. Ich hab aber auch keine Rüstung. Ich kann genauso schnell sterben, wie ich jetzt die Leute töten kann. Und beide Häuser waren hier drin. Du bist da, der läuft draußen, ne? Ja. Na, bei mir ist was drin. Ich hab einen ausgenockt. Einer tot. Ach, du bist satt. Boah, ich bin jetzt erschrocken. Vor allem steht da einer. Der andere muss in einem anderen Haus sein. Ja. Der hat mir ganz schön viel abgezogen schon. Die Hälfte fast meiner Leben. Deswegen hocke ich hier gerade. Achst du was? Nee, nee. Ja, komm her. Nur ein Schmerzmittel. Na gut. Irgendwo muss der Typ noch sein. Der andere. AK-Schüsse? Dich? Ja, ich bin bei einer Tod, ey. Der ist draußen am Zaun. Bei mir im Haus? Der kommt zu mir. Komm zu mir nach Hause. Ja, ja. Ich komm hinten rein. Der hat der AK. Ja. Hast du den? Ja, voll knapp. Aber richtig knapp. Ich sehe ihn. Der Leben. Nimm die AKM von dem. Ja, ich muss jetzt mal heilen. So. Oh Gott. Alter. Der war zum Glück irgendwie schon tot, bevor ich das zweite Mal geschossen habe. Das war gefährlich, Mann. Das war echt gefährlich. Oh, Dach gefallen hier. Bumbe. Da schreckt man sich voll, ne? Ja. Bei mir ist schon mal eine ein Meter vor mir explodiert. Ich bin so glückendisch. Da hab ich schon alles geloot. Da brauchst du nicht reingehen. Okay. Hab alles geblieben. Lass mal Richtung Brücke laufen. Da kommen, glaube ich, auch noch Häuser, ne? Ja. Ja. Das ist noch so eine Tankstelle. Dann kommen da so ein paar Häuser. Oh. Wenn man hier die Straße durchgeht, kann man auch nur Autos finden. Ja. Der Wind ist voll laut in dem Game. Das fällt mir immer so bei meinen Aufnahmen auf. Wenn ich zocke so nicht, aber wenn ich meine Aufnahmen anhöre, anhöre ich immer voll richtig so im Hintergrund. Weil hier so die ganze Zeit so ein Windgeräusch ist und voll heftiget. Ah, hier ist ein Buggy. Ja. Buggy, Buggy, Buggy. Guck mal, bei dem Kleinen Haus. Ey, da hinten ist ein Drop im Wasser. Siehste? Ja, da hinten. Aber da kommen wir die Tänse. Nee, der will mal ein Boot hätten. Rechts hin. Das ist echt. Ich höre ein Auto? Ja, ich auch. Ich habe jemanden ausgenockt. Mit einem Witzung. Du Dieb, Alter. Frick Dieb. Da ist er. Ja. Ist ausgestiegen. Ja, ja. Ja, das sehe ich. Leider kein Scope. Ich kann ihn nicht so richtig sehen. Tot. Schön. Oh Gott sei Dank, da kann ich mehr viel haben. Jetzt fünfmal Blutspritzen sind wir nicht. Boah, das war voll ein guter Schuss, Mann. Als er hier vorbeigelaufen ist. Ich gehe da mit dem Auto hin. Ja. Skarr. Ich habe seinen Helm zerstört. Ja, ja. Das war ein klare Headshot. Hat man ja gesehen. Ja, der war mit einem Schuss hier ausgenockt. Direkt so. Bamm. Direkt raus. Ich fahre mit dem Auto zu dir. Das ist mir zu weit. Das ist mir zu weit. Ja. Achtfach Scope hat der gehabt. Ja, geil. Ähm. Irgendeinen Scope brauche ich halt, weil ich habe immer noch gar keins. Nimm das achtfach. Das liegt da. Okay. Bist du halt nix. Was nehmen wir jetzt mal als Sniper? Hier ist ein Holo drin bei mir. Punk's not dead. Hier ist noch ein Vierfachfrau. Nimm ich hier mit. Ja, gut. Auto? Ja. Fährt aber vorbei. Kannst du mit Vierfach einmal droppen? Ja. Das wäre super gut. Ich. Danke. Da oben am Stein sind welche. Am Backe steht. Am Backe steht da oben. Ah so. Kannst du die sehen? Nee, die sind da am Stein jetzt. Ich konnte den gar nicht treffen. Boah, ich habe gar keinen, gar keinen First Aid. Boah, der Kreisbilder, Alter. Ich glaube auch nur einen. Was soll Wagen denn? Ja gut, ich schicke den. Ich bin einfach nicht los. Ich fahre. Ich habe mal den Buggy von denen zerschossen, dann können die uns nicht hinterher. Sollen wir wegfahren? Kommst du? Ja. Warte. Ich habe den Buggy von denen kaputt geballert. Sollen sie da hocken? Vielleicht bist du ja in den Kreis rennen. Dann haben die ein Problem. Hier im Süden sind noch so ein paar Häuser am Rand vom Kreis. Vielleicht können wir da nochmal was tun. Oh, was ist denn das? Ja, da war überhaupt gar nichts, ey. Kleiner Hügel. Also hier ist gar nichts reingekommen. Das ist eigentlich gut. Dann können wir von der Seite einfach jetzt weiter in den nächsten Kreis. Dann ist die Seite wenigstens ein bisschen safe. Könnten wir sogar laufen theoretisch. Aber sollen wir einfach trotzdem fahren? Ja, ja. Dann haben wir für den Notfall auch immer noch das Auto. Oh, ich bin aber nicht weit. Ja. Vielleicht brauchen wir das danach. Ich bin schon am Auto. Ja, wenn er mal die Tür aufmachen würde. Wechsel mal die Waffe. Ohne Scheiße. Das dauert 5 Sekunden. Ich weiß. Ich muss auf die jetzt gar nicht ansehen. Jetzt auch so einsteigen. Du musst warten. Ich sag doch, du musst einmal drücken und dann ein bisschen warten. Können wir hier so an die Küste, weil hier von hier ist nichts gekommen, ne? Oh, oh, oh. Oh shit. Fuck. Ich dachte, hier wäre nur Land. Ich bin hier voll hochgeleckt auf den Stein Ich dachte, hier geht es noch weiter Ja, komm hier hoch Ist ja nicht so schlimm Hier, bei mir, wo ich bin Hast ja noch zwei Minuten fast Genau rein Können hier oben schon mal so ein bisschen lang Ich glaube nicht, dass hier was ist Die Eier hat voll rum, Mann Das Spiel dauert einfach dreimal so lange Weil die Zone immer wieder zurückgeht Hä? Hinter uns Alter, jetzt noch? Ja, wir sind unten in der Küste Ja Ich wollte sie killen, aber dann bin ich wieder weggeleckt Mein Gott Beide tot Da ist noch ein Boot Da kommt noch ein Boot Die sind alle hinterm Boot irgendwo geblieben, die Leute Noch einer tot Die sind einfach alle mit ihrem Boot hinter dem Felsen die ganze Zeit geblieben, oder was? Da lebt aber noch einer Oder nicht? Ja, kann sein, ich weiß es nicht Da muss der gleich irgendwo raus Ja, die Zone ist schon sehr weit weg Ja, lass mal einfach raus Die kommen wir jetzt wieder hier hoch Ja Da müssen wir unten langen Scheiße, da müssen wir wieder langen Bei mir sieht gut aus Wie, bist du hochgekommen? Nee, runter Nee, runter, aber hier runter So Und dann kommen wir hier wieder hoch Schauen wir mal, ob die was geilet haben Medkit, 5 first aidkits Ja, nimm mal mit alles Ja Oh mein Gott, ich komme nicht hoch Ja, komm noch hier lang Bei mir ist easy Bei mir ist easy Da, wo die Lootboxen von denen sind Ich bin oben Okay, okay Ich bin hier hoch Na, dann lass mal weiter Ja, wenn Ich Ich Ja, geh hoch Ich dachte, du bist oben Fast Ja, fast Dieses Stück komme ich nicht hoch Okay, schüss, ich laufe weiter Bitte nicht Warum bist du einfach mit mir mitgekommen? Weiß ich Ich dachte, das sieht einfach hier aus Ich glaube, ich komme hier irgendwann hoch Irgendwann Ich komme mit dem Boden Einfach verzögert hier lang Die waren die ganze Zeit einfach hinten hinter dem Stein Aber auch Aber auch so zwei Teams Weil das waren einmal die beiden Und dann noch so ein anderer Der war da auch irgendwo Ja Also ich glaube nicht, dass die jetzt zusammen waren Aber die waren da so zu zweit hinter Schaffst du das auch noch irgendwann? Ja, ich schlaufe doch Ich schlaufe doch hier unten Sonst unten, genau Ja, super Wie komme ich dann irgendwann am Wasser? Ey, der Typ, den wir im Boot gekillt haben Der wollte bestimmt raus Aber das hat nicht geklappt Weil es leckt Und dann dachte der sich jetzt auch so Fuck no, fuck So, dann schwimme ich mal die letzten Meter Ich glaube, hier komm ich nicht hochkommen Ja, hier kommen sie auf jeden Fall, oder? Ich weiß nicht Auf jeden Fall bin ich in der Zone Alles cool Okay Ab hier müssen wir aufpassen Hier sind die ganzen Felsen in der Zone Das heißt, ich kann uns auch von hinten abschnitten Vor mir kommt was hoch Jetzt habe ich natürlich keinen Freund Ja, toll Das hat so geleckt, dass ich nichts machen konnte, Mann Guck mal, wo ich rumlaufe Ich komme hier weg, hier Jetzt kann er mir nicht helfen Das wird doch nicht machen So, wie er mitkommen soll Der hat mir die gekriegt Oh, ja Warte, ich komme runtergekrochen Komm mal zu mir Geht das? Warte, ich komme hier runter Ich weiß nicht, kannst du hierhin kommen? Irgendwie? Ja, warte Von hier vorne rechts Wenn der mal was machen würde hier Das ist so am Leggen Da komme ich auf jeden Fall hoch Ja gut Kommst du mir noch entgegen? Ja, ja Ich krabbel hier so, scheiße Geh doch hoch hier Rechts lang kannst du Rechts, ganz, ganz außen hier Ich bin da, bin da, bin da Okay Komm hier nicht hoch Nice Die können aber noch irgendwann gleich über uns kommen Da müssen wir aufpassen Lol Toll der Scheiß, Mann Ja Ey, der ist einfach immer wieder vor und zurück geleckt Der wäre eigentlich sowas von tot gewesen Der hat gar nicht überleben dürfen eigentlich Halt dich hier hoch und komm hier rum Was da? Naja Ich nehme mal einen Medkit Boah, ich habe Leben verloren Ich habe jetzt noch ein paar First Aids und Boasts Ich glaube, da oben waren welche Ja, ja Da oben ist einer Kannst du den sehen? Ja, der ist wieder weg Das ist eine Bisse Ich glaube, ich bin beschroffen Oh, schon wieder beschroffen worden Ich weiß nicht von wo Ich weiß nicht von wo Vom Nordost da Irgendwo die andere Seite Hier sieht aber keiner was Irgendwie kann mich keiner sehen Oh, alle Hallo? Boah, der wechselt die Waffe nicht Das ist der größte Scheiß hier Das Server, Mann Ich schwöre Warte, ich sehe jemanden Guck mal, ob ich den schaffe Mit dem 8-Fach-Scout zu töten Ich sehe keinen So bei 60 Grad Oben an den Felsen Bei 50 Grad Ja, da oben, ja Keinen Grad nicht mehr sehen Sehen, aber So am lecken Jaja, das ist totale Scheiß Das kannst du gar nicht schaffen Oh, der hat mich hart erwischt, der Typ Ich muss mich noch eben kurz wieder hochheilen Ich habe ihm einen Hit gegeben Aber das Problem ist, wir müssen gleich weiter Naja Müssen wir Oh, der ist da oben Bei dir? Ja, über mir Die Waffe Wir müssen ein bisschen weit reinschwimmen jetzt Sollen wir abtauchen und dann Das wird jetzt voll scheiße, Mann Wir müssen, wir müssen bis zum Ende tauchen Ich hoffe, wir werden das überhaupt so zeitlich schaffen Wir tauchen dich Steuerung, Steuerung Ich drück Ob der mit Boost auch schneller schwimmt? Ich glaube, dass wir noch genug Zeit haben Kriegen wir schon hin Solange wir gleich irgendwie Rauskommen Ja, schaffen die Felsen hochzukommen Das ist immer das Problematischste Oh, da kommen wir gleich hoch Geradeaus Muss man einmal Luft holen Ja Denk dran, dass du nicht erstickt so Ich bin schon oben Okay Komm geradeaus, da kommen wir easy hoch Da läuft doch schon einer hoch Ja, da läuft doch einer Okay Aufpassen, dass ihr uns nicht seht Dann können wir den gleich holen Bleib schön unten Ja, ich bin dabei Links von uns Also hier drüber War noch der eine Den wir ganz am Anfang gesehen haben Bei dem müssen wir auch noch ein bisschen aufpassen Ja, über mir ist einer Über mir sind zwei Leute Ich kann die durch das Wasser sehen Ja, ich auch Alle laufen so längend scheiße lang, ne Ich nehme einmal nochmal kurz einen Boost hier Okay, wir müssen Wenn wir das schaffen hier langsam hochzukommen Können wir die voll von hinten töten Aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen Vielleicht durch einen Leck oder so Wenn mir schon fällt Aber ich bin schon relativ weit oben jetzt eigentlich So verhältnismäßig Ich bin gleich hinter denen Ich bin gleich hinter denen Wenn die jetzt hier sind, wo ich meine Vor mir ist einer Warte, ich guck mal, wo sein Kollege ist Einer ist genau vor mir Da, ich seh die beide Ich hab zwei getötet vor mir Nice Einer ist da vorne in den Guck mal da Da, wo ich hinguck Also ich loote den hier Und einer ist noch vor mir irgendwo gewesen First Aid Der hat noch Medkits und Boost und so Ich muss mal einmal kurz einen Helm looten von dem Nein, der littert da einen Die Zone jetzt hinkommen Aber wo war da die Box Ich seh die Ach hier, ja Genau Einer war irgendwo noch rechts von uns Das war ja Jetzt hab ich Schaden von der Zone genommen Obwohl ich gar nicht draußen war irgendwie Zumindest nicht so richtig Brauchst du noch Medkits und so Ich hab nämlich Ne, ich hab sechs Stück Okay Sechs Energy Ja, ich hab auch so viel Sieben First Aid Zwei Medkit Wir können Wir können hier versuchen Ob wir hier am Rand Aber hier ist auch nicht gedeckt Na Na, schade Irgendwann sind wir hier offen Fuck Wir sind sicher gehen, dass hier irgendwo keiner mehr ist Wir können hier am Rand einmal kurz rennen Und dann schnell über den Hügel hinlaufen Oder wir rennen so ein bisschen außerhalb dem Berg raus Genau Aber ich mein so extra außerhalb kurz Dann wieder heilen So, damit wir gedeckt sind Ja, aber über uns Vor uns, vor uns, vor uns Direkt am Rand Wie der mich trifft, obwohl ich gar nicht mehr da bin Genau da in der Ecke am Rand Alter, ja, ich seh ihn Ich bin getroffen Ich bin auf, wo ich hinterm Baum bin Ah, es ist leggy Der ist nicht wieder? Ja, schuldig Oh, ey, der prässt es nur zu dir, Alter Der ähmt immer noch in Mh Das ist mein Helm im Arsch Ey, ich kann mich nicht bewegen, weil du mich blockierst Also ich kann nicht rausgehen, um zu Nein, ist egal Ich bin jetzt weiter zurück Der ist aber nicht mehr da Was? Ey Ja, das mein ich Das ist voll der Bullshit, Mann Das ist voll der Bullshit Ich bin gar... Ich guck den gar nicht mehr an Der kommt so rausgeleckt Und dann auf einmal bin ich tot Okay, pass auf Du versuchst dann gleich hochzurennen Und ich versuch dir Unterdrückungsfeuer zu geben Ja Ich muss mich aber noch eben hochheilen Mit dem Medkit Ich seh ihn jetzt nicht Kannst rennen Ich probier Mein Bestes Ja, da ist er Er hat Hit, Hit Ja, er hat zwei Hits Schieß weiter Ich seh ihn nicht Ich seh ihn nicht mehr Sein Kollege ist aufgenockt Ich hab beide Beide tot, beide tot Nice Dann komm rüber Ja Ich versuch zu reden Unter dem Stein können wir gehen Das ist immer safe Mhm Zwei Stück noch Voller Leckfest, Mann Nur noch wie ein anderes Team wahrscheinlich Ja Oder zwei einzeln Weiß man nicht Ja Ich hab gar keine Weste Ich hab keine Weste mehr Und keinen Helm Fuck Ich hab nur noch Weste Ja, meine Weste hat halt nur noch Irgendwie 50 Scheiße Scheiße Okay, müssen wir jetzt mal aufpassen Ja, auf jeden Fall Die sind oben auf dem Berg Und da befindet sich irgendwo Ich wette, das ist noch ein 2er Team 2-2 gerade Falls ihr die siehst, schreien Einfach Ah Oben am Kompass hat man ja Vielleicht sind die in diesem Scheiß Ähm Kleinen Häuschen drin Aber ich weiß es nicht So, mal versuchen Schon mal fortzulaufen Jolo Ich geb dir Deckung Falls ich Irgendwie was seh Also es hat irgendwie Nichts rausgeguckt Ich bin im Kreis Ja Ich geh mal hier zum Baum Okay Ich bin hier auch noch im Kreis Vielleicht kann ich von hier ja was sehen Wenn Soll ich mal hochgehen? Mh Vielleicht sind die ja hier Ich kann dir dann aber nicht helfen Du bist zu weit weg Ja Ich seh dich nicht mal Ich kann nicht mal wenn einer bei dir in der Nähe ist Den töten Hier liegt einer Töte Ich komm dann Dann komm ich direkt Oh mein Gott Ich hab den Null getroffen Ich bin tot Scheiße Alter wie schlecht war das denn? Hier liegt einer Lag auch noch Tot Ist genau oben Auch bei mir Irgendwo Du bist ja im Kreis Alles gut Du machst das Ich hab Hättest du den nicht mal töten können Hättest du noch gelebt Dann wäre 2 gegen 1 Für uns Und nicht für die Ich dachte war nur einer Ja toll Einzelne Ich hab keine Helme Und keine Rüstung Vielleicht ist der Typ Echt in diesem scheiß Komischen Haus Da links drin Da muss ich Guck ich mal ob gleich die Tür aufgeht Ich hab immerhin beides Schall gedämpft Mein RK und mein Dingens Ja bleib da mal hin Du bist im Gebiet drin Naja Der kann mich auch nicht flankieren Weil der Kreis so schön klein ist Ich seh die Ränder Aber ich hab trotzdem halt Einen Schuss vom Kopf gleich Und dann war es das schon wieder für mich Ein Kackserver ey Ich hab jetzt die Frage Ob ich da hochrennen kann Aber wahrscheinlich mich sieht der dann Vielleicht geht das wieder so Dass am Ende Keiner was macht Und dann verliert man Leben Aber ich hab noch ein Midkit Und fünf Fist Aid Dann kann ich mich vielleicht sogar hochrein Die ganze Zeit Wunderbar Wenn die nicht kommen Na ich seh da oben so Hinterm Berg hab ich grad so ne Spitze gesehen Von irgendeiner Waffe oder sowas Ja Da oben läuft er Naja Der zielt genau auf mich Jetzt läuft er weg Vielleicht hat der nur geguckt Ob ich hier bin Der hat dich nicht gesehen Ja Wo ist noch einer am Leben Aber wo Problem ist Das Waffe wechseln dauert so lange Wenn der angerannt kommt Schafft er das nicht mal die zu wechseln Zeig dich weiter nachher Ich wette Der eine ist in der Holzhütte drin Der da Und der eine in der Holzhütte Wette ich Der links von dir Oder Der irgendwo in der Holzhütte Nur noch zwei Wer hat überlebt Der in der Holzhütte Würde ich sagen Ja Würde ich auch sagen Ja ich seh den Ich seh den Wechsel wechsel die Waffe Geht doch Durch den Leck Musste ich den jetzt Ungefähr sechsmal treffen Mann Was ne scheiß Ey die Runde Die Runde ging 48 Minuten Mann Normalerweise geht die 30 40 What an upfuckern Always an ethical one Ja I mean